Ein Mercedes-Benz Viano ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kombi hat fünf Türen und bietet sieben Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Dachrailing, Einparkhilfe, Anhängerkupplung, Bluetooth und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 163 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr.